was müssen wir tun hier ist auch wieder dieses ehemals süße bild hier ein spielsteinchen ja 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 reicht das vielleicht schon es ruft uns es ruft uns ja 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 merkt ihr was kommen doch jetzt die ganzen sachen zusammen auf jeden fall die ganzen erlebnisse wir schneller stellen da ist das steinchen rausgefallen ja ja es verdichtet sich gucken was für erinnerungen uns noch jagen das herz es schlägt ich gehe einmal darauf zu das ruft uns wieder ich gehe nochmal ganz kurz hier gucken hat sich hier noch etwas verändert nicht wirklich okay was erwartet uns jetzt außer rumrollende teddybären natürlich und schwebende betten ja nicht wirklich schwebend aber irgendwie angehoben hier eine kleine eine szene aus dem bad oder so etwas ähnliches die äpfel gemahle ja ja das kinder mal hier ist ein steinchen die schublade klemmt nach so was hier unten wäre bestimmt irgendwas total spannendes gewesen ja nee äh gucken wir gleich ich schaue erstmal hier zur treppe natürlich ja mhm aber die führt nicht sehr weit ah aber hier ist noch ein steinchen aha gut 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 dass wir da mal geguckt haben was ist das denn achso ein schwebender stein klar so es nuschelt aber noch nicht das heißt ich werde diese steinchen hier auch noch ja weiß ja sofort ja jetzt sieht sie auch wieder sicker aus noch sicker als zuvor und die nächste runde das nächste level die küche mhm ich hab doch eben ich dachte eben ich hätte den flügel gehört aber naja haha das haus wird gekocht können wir überhaupt noch irgendetwas oder irgendjemandem hier trauen na auf nix ein bild mhm kleine bildchen hier verteilt in den schränken in der tat da sehe ich doch einen stein liegen schauen wir umgehend da kommen wir nicht viel weiter nun gut ist das zur abwechslung ein schwarzer stein doch schon hm 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 hat das etwas zu bedeuten dass das wieder zugegangen ist äh nicht so 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 das war es aber noch nicht nee das war es noch nicht oh wieder ein steinchen ah so haha okay okay müssen wir irgendwas bestimmtes machen das wiederholt sich irgendwie hier diese drei schränke sind eben aufgegangen müssen wir die irgendwie öffnen die irgendwie öffnen und es dann versuchen ist wieder irgendeine andere konstellation aufgegangen hä müssen wir vielleicht alle öffnen alle schließen oder irgendwas wenn wir irgendwas mit dem baby machen mal hier mit dem messer in den hintern pieksen ich weiß es nicht was es damit auf sich hat wir versuchen mal alle schränke aufzumachen also wenn überhaupt dann war das vielleicht so ein hinweis hier guck mal in die schränke oder so jetzt können wir denke ich mal hm hm das hier ersetzen 21 gramm soll das hier sein oder was ist das für eine einheit so ein riesen gewicht ja oh das sind aber ein paar mehr steine geworden jetzt naja wir haben auch so einige gesammelt an der waage hm 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 gut ist immer ein gutes zeichen wenn die teddybären anfangen zu schweben oh und die treppen zusammenstürzen gucken wir sofort ich will hier einmal kurz schauen ja alles zusammengebrochen ist hier noch irgendwas nun gut dann schauen wir uns einmal unser wichtigstes gemälde an hier haste nicht gesehen für die echten kenne hmhm hm 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 Ich weiß nicht genau, was es ist. Da ist es wieder. Aber wo? Oh, hier. Oh, hier. Gehen wir weiter? Gehen wir irgendwie rum? Hm. Huch, geht das schon wieder los? Oh. Wo soll ich zuerst gucken? Oh. Und da sind wir wieder angekommen. Pfff, okay. Hm. Haben wir damit jetzt den letzten Gegenstand angekarrt? Natürlich unsere ganzen... Ah. Stücke, die wir gesammelt haben. Na, fehlt uns doch einiges. Scheinbar. Hm. Hm. Naja, aber ein kleines bisschen was haben wir auf jeden Fall gesammelt. Das ist ganz gut. Hm. Da bin ich mal gespannt. So. Ich habe dich gehasst. Ich glaube selbst jetzt noch. Ich könnte noch immer. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, allein, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das einzige Ding von Wert, das du jemals begehrt hast. Das heißt, du wirst es nie zu Ende bringen. Das klingt pessimistisch. Ja. Aber wir können es versuchen. Yes. That's it. Oh. Das ist schön. Perfect. Just like I always imagined. Wow. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Please. I was so close. This time. I almost had it. Gah. Gah. Oh. Hm. Ha ha. Ha ha. Okay. okay sind wir jetzt wieder zurück das ist doch der raum wo wir ganz am anfang ich möchte einmal festhalten das sieht anders aus als wie wir es eben noch gesehen haben ja ja hier sieht man so ein bisschen die wunde wie auch immer aber durchaus auch viele versuche die doch durchaus schön aussehen anders als wir es gerade noch gesehen haben da waren das alles einfach fratzen und sieht jetzt unser haus im moment wirklich so aus kann sein war das da das kinderzimmer gucken wir gleich mal ich schaue mich hier erst mal ein bisschen um ja ja ist das telefon also wirklich geschmolzen ja leer alles leer was haben wir denn hier liebste gemahlin ich weiß dass die letzten monate verheerend gewesen sind ich weiß dass ich unterstützen da hätte sein sollen fürsorglicher selbstloser ich kann einige der dinge die zu mir gesagt hast immer noch nicht glauben wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt ein großartiger ehemann oder vater zu sein ich dachte dass ich ein großartiger künstler sein könnte aber auch dieser traum ist ausgeträumt in seiner abwesenheit werde ich mein bestes geben um dich mit all der liebe und dem mitgefühl zu behandeln die du verdienst bist die liebe meines lebens meine muse du wirst diesen brief niemals lesen es tut mir so leid ein schlüssel so so lag der eben schon da ich weiß nicht also nach all dem shit haben wir dann vielleicht doch noch einen klaren gedanken fassen können zu spät zu spät so und in welchen raum kamen wir das letzte mal nicht rein vielleicht da hinten irgendwo ich meine dass wir hier doch rein kamen das ist genau das kinderzimmer das ist okay die schubladen sind auch auffällig leer jetzt gucken wir hinten ja alles nur in unserer fantasie wir können sogar ein bisschen lichtern machen ganz gut nope nope ich möchte natürlich trotzdem nicht hier noch irgendwo brief oder irgendwas übersehen deswegen probieren wir es einmal hier noch ich vermute mal das war eben schon ein ziemlich zentraler brief den wir da noch gefunden haben warum macht es das oder will er mich auf irgendwas hin deuten oder so sieht mir nicht danach aus merkwürdig merkwürdig jetzt noch leicht nun gut ich schaue mal hier eben ob er mir anzeigt dass wir eine tür aufschließen können hier können wir nur aufmachen das ist das schlafzimmer ja mein gott haben wir auch gewütet muss ich nicht viel tun ohne platte sowieso nicht ja so viel zum schmelzen wir haben einfach alles zerkloppt das war wahrscheinlich das ding so hier hinten die tür vielleicht die ist zu ist einfach zu ok na dann gucken wir mal unten wow ist einfach massiv viel dunkler sobald ich hier draufgehe hier geht es wieder einigermaßen hier die tür das war also nie hier das war diese rumpelkammer wie auch immer licht geht nicht so ne aber die fallen sind da sie bleiben auch da so hier war bad genau ja ich vermute dass es jetzt die welt wie sie wirklich ist warm und sie ist nicht schön so was haben wir hier sonst noch wir haben was war hier also küche genau mit einer der ersten räume wo wir reingegangen sind ich denke mal hier wird nicht sein nein hier noch irgendwas nope warum ist diese tür zugemauert und warum zum teufel hängen hier lauter lufterfrischer das halte ich für bedenklich was oder wer wurde da eingemauert ich ziehe es jetzt einfach mal durch oh mein gott glaube ich bin nur gegen die tür gekommen das ist alles nun gut hier können wir noch aufmachen hier ist alles okay so äh den keller gab es noch und den raum ja 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 das war praktisch die allererste tür die wir angeguckt haben die war zu das ist richtig gucken wir gleich natürlich was haben wir hier sehr geehrter herr dies ist eine zahlungserinnerung da ihre zahlung seit dem 26 januar dieses jahres überfällig ist anbei finden sie eine abrechnung für ihre unterlagen aufgrund ihres zahlungsverzugs wurde ihre bestellung storniert wir bitten sie die zahlung innerhalb der nächsten sieben tage vorzunehmen sollten sie nicht in der lage dazu sein eine vollständige zahlung zu leisten bitten wir sie darum uns zwecks einer neuen zahlungsvereinbarung die für beide seiten akzeptabel ist zu kontaktieren uns zwecks zu kontaktieren sollten sie unserer forderung nicht nachkommen sehen wir uns dazu gezwungen rechtliche schritte gegen sie zu ergreifen besten grüßen ronald wilkins wilkins gut mag sein wenn wir hier irgendwie tag und nacht einfach nur besoffen durch die bude geistern dann könnte man die eine oder andere rechnung schon mal übersehen das mag sein gut dann bleibt noch der keller ich würde gerne mal in den keller gehen bevor wir dann hier das zimmer aufmachen natürlich hey wirst du wirst du wohl wirst du wohl ich glaube das ist ein bug ich vermute dass das ein bug ist ein ziemlich nerviger einmal ins menü gehen zurück hilft okay das ist echt ein bisschen ungünstig tut mir leid aber ich glaube ich kann nichts dafür will ich hoffen dennoch muss ich der auch hier natürlich entschuldigen ist ja klar wir können hier runter dann machen wir das mal inzwischen bin ich bin ich relativ entspannt weil ich nicht erwarte dass hier noch irgendwas schlimmes kommt das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt um es mir mal so richtig zu zeigen aber wir sind jetzt hier halt gerade nicht so akut im Delirium das ist der Unterschied außerdem Kerze da hinten brennt immer noch aber hier kommen wir einfach nicht entlang nö 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 noch in irgendeiner Ecke oder so naja egal soll wohl nicht so sein es geht schon wieder los so gleich haben wir es ja geschafft bestimmt so gab es noch etwas oben haben wir glaube ich alles angeguckt hier haben wir uns auch nochmal umgeschaut dann machen wir einmal dieses Zimmer hier auf ach so natürlich das ist das Arbeitszimmer ist klar mhm 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 ja ja das ist auch der Zustand den wir hatten immer und immer immer und immer wieder warm die Pinsel werden mehr die Flaschen werden mehr gucken wir gleich na ich weiß wie du dich fühlen musst verloren alleine hoffnungslos wahrscheinlich verdienst du das doch selbst für dich es gibt noch einen Ausweg einen Weg um alles zurückzubringen das einzige Ding von Wert das du jemals wirklich begehrt hast beende es sofort sofort weil es zu bezweifeln ist ob wir das schaffen werden gut ist hier unser Büchlein ne seh ich jetzt grad nicht nun denn Pinsel zur Hand nehmen und wir schauen mal and so it begins nice ja nice das Spiel ich ja wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte ich hab das irgendwann schon mal als Let's Play gesehen aber da hab ich sowieso schon wieder genug von vergessen in der Zwischenzeit ja dass ich das doch so einigermaßen neu erleben konnte das meiste das meiste und das ist nice ich hatte das überhaupt nicht so hab ich ja auch schon mal gesagt nicht so mindfucky in Erinnerung irgendwie aber ich mag solche Spiele sehr interessant ja und überhaupt habe ich es sagen wir mal genossen weil wieder was Horrorlastiges zu spielen ja ja das war ganz nice ich glaube dann könnten wir uns demnächst auch mal ja etwas anderes in dieser Art vornehmen mir ist nämlich eingefallen Outlast wollte ich ja auch mal weitermachen eigentlich Whistleblower stände nämlich noch an es gibt auch Outlast 2 aber da habe ich gehört das soll so nja sein aber Whistleblower ist wohl nicht so schlecht als man den ersten Teil gemocht hat von Outlast und ja das könnten wir auf jeden Fall mal machen aber gut darum soll es jetzt hier gar nicht gehen dieses Spiel auf jeden Fall fand ich sehr cool grafisch sehr cool natürlich die Story ja fand ich packend die Atmosphäre war doch sehr dicht und das eine oder andere Mal hat es mich doch ganz gut erwischt also ich fand es nice lasst mir sehr gerne einmal eure Meinung da natürlich lasst mir sehr gerne ein Like da vielleicht auch ein Abo falls ihr mögt ja und ansonsten empfehlt mich sehr gerne weiter ist ja immer noch nicht so viel los hier auf dem Channel was soll das eigentlich verstehe ich ja gar nicht naja keine Ahnung ja ihr könnt ja mal euren Leuten davon erzählen falls euch das hier gefallen hat und denkt dass die vielleicht auch mal reinschauen könnten und in diesem Sinne würde ich sagen ja vielen vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich hoffentlich in einer der nächsten Aufnahmen wieder bis dann macht es gut und tschüss und dann auf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020